Hi Leute, willkommen zum neuen Unboxing Video. Diesmal möchte ich euch ein ganz ein kleines einfaches Licht vorstellen. Das ist so eine LED Lichterkette. Passt nicht wirklich zur Jahreszeit, aber ich dachte ich stelle euch das trotzdem vor, denn man kann das ganze ja nicht nur als Weihnachtsbeleuchtung nutzen. Schauen wir mal in die Verpackung hinein. Vorteil bei diesem Teil ist, dass das ganze mit Batterie funktioniert. Bedienungsanleitung hat man hier drin. Batterien sind keine enthalten. Das ganze hat eine Länge von, steht nicht, steht nicht drauf, aber wir können das ja aufmachen. Das wird schon eine ordentliche Länge haben, nehme ich mal an. Also auf jeden Fall über zwei Meter, so wie es ausschaut. Aber man muss natürlich ganz vorsichtig sein, weil das ist ein ganz ein dünnes Draht. So also es ist weit über zwei Meter. Messen wir mal. Das ist ein Meter, zwei, drei, vier, ja vier, viereinhalb Meter. hat das ganze. Also wie gesagt, ganz ein dünnes Draht und ich gehe mal wieder in den Anfang und werde hier mal die Batterien einsetzen. zehnmal Mai Julia bis zum plataformaслиment in bis zum D、 Also das ist ja richtig fest gemacht und keine Ahnung wie das wirklich aufgeht. Ich denke mal, da muss man hier das Ganze aufmachen, denn es ist eingehängt. Und ja, Batterien hinein und das Ganze leuchtet auch schon. Also vier Meter können wirklich verdammt lang sein. Und wie gesagt, das kann man ja nicht nur als Weihnachtsbeleuchtung verwenden, sondern ja auch allerhand Dekoration oder sonst irgendetwas. Wir haben hier einen Ein-Aus-Schalter. Und das war's dann auch schon. Ein Timer wäre noch gut gewesen, aber hier ist nur dieser Ein-Aus-Schalter und das war's dann auch schon. Aber vier Meter Länge kann man wirklich für allerhand Weihnachtsbeleuchtung oder Deko verwenden oder sonst irgendetwas für Outdoor in einem Zelt. Kleine Zeltbeleuchtung oder kleines Outdoor-Hütchen, ein Häuschen. Und dort verwenden zwei Batterien und man hat ausreichend Licht. Also Ideen sind ohne Grenzen für dieses Produkt. Also ich hoffe, das Teil gefällt euch. Ich werde unterhalb in der Videobeschreibung das Ganze verlinken. Und ja, viel Spaß mit dem Produkt und bis zum nächsten Unboxing-Video.